Petra Vivien schmink dich! Schmink! Schminkst du dich bitte? Ja! Ich hab ne Exenschoss bekommen! Guck wie süß sie ist! Jetzt schmink mich ab! Guck wie süß! Meine Herren! Warum treff ich das nicht? Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es in dieses Desaster geschafft! Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück! Ich wollte irgendwie mal ein neues Intro machen! Hallihallo meine kleinen Zuckerblümchen! Was soll ich sagen? Ich will ein neues Intro! Ich hab kein Bock mehr auf meine Lieben! Das ist so heftig, so langweilig! Doch Blümchen sind so süß! Sagt doch Hallihärchen! Wie geht's? Alle alten Säcke seid ihr wieder da! Wow! You really said sympathisch! Du willst was Neues! Ja! Auch wo ich vielleicht bei meinen Abonnenten stehen bleibe und eventuell sogar wachse! Hallihallo meine kleinen süßen Zuckerblümchen! Willkommen zurück auf meinem Kanal! Heute mit Miss Petra Vivien! Hallo! Wir haben heute ein etwas unstrukturiertes Video! Wenn das ganze hier ein Desaster wird! Don't come for us! Mein Gott! Wirklich die Shade Queen! Ihr seht vielleicht diese Sonnenbrille und nicht alle von euch folgen auf Instagram! Ich weiß, was da los ist! Actually! Kinda nett! Aber ich habe mir die Augen lasern lassen! Vor... Actually! Einfach nur 5 Tagen! Und ich bin immer noch super lichtempfindlich! Hab mir gedacht, ich muss natürlich trotzdem Content erstellen für euch! Und deswegen haben wir heute ein Video in dem ich mit Sonnenbrille sitze! Und ihr habt den Titel schon gelesen! Und wahrscheinlich werden auch nur die Freaks, die Stans in diesem Video sein! Wir haben heute... Ja! Die ganze 3 Produkte aus der Colourpop Animal Crossing Collection! Ich habe probiert! So früh wie möglich! Okay, ne das ist eine Lüge! Ich habe probiert zu dem Zeitpunkt das noch zu erhalten, was sie erhalten kann! Ich kann nicht reden! Ich bin dumm! Aber ihr versteht was ich meine! Ich habe online Reviews gesehen und dachte mir, ach ist schon lange draußen! Und dann habe ich von Rafa erfahren, ah ist vor 2 Stunden gelanscht! Ich so mein Gott, ich muss auch was davon haben! Was ist erst rausgekommen? Ja! Das einzige was ich bekommen habe sind 2 Lidschatten Paletten und eine Blush Palette! Jetzt ist das Problem, dass ich mich nicht schminken kann! Ich darf eine nach über eine Woche lang mich nicht schminken! Erst nach insgesamt 2 Wochen wieder! Auf jeden Fall habe ich mir da gedacht, da Miss Vivian sowieso ihren eigenen YouTube Channel hat und wenn ihr noch nicht folgt, weiß ich auch nicht was mit euch los ist! Ehrlich gesagt ehrenlos! Dass sie immer meine Videos guckt, wo meine Mutter schon so lange dabei war! Und sie hat erst 27.000 Abonnenten! Eigentlich müsste jeder, der gerade guckt, wenigstens einmal kurz auf Petra Vivian klicken! Und abonnieren und wieder zurückkommen! Just saying! Da du dich eh schminkst, habe ich mir gedacht, du benutzt heute die Produkte! Wir swatchen zusammen! Gerne! Dann verwendest du das Make-up-Produkt und ich spiele nebenbei einfach ein bisschen Animal Crossing, weil ich das tun kann und den Rest actually nicht! Und dann machen wir irgendwie so ein bisschen so ein Splitscreen rein! Vielleicht ein bisschen klein im Kopf, damit das funktioniert! Wie gesagt, das ist so ganz durchgeplant! Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es in dieses Desaster geschafft! Ich habe wirklich probiert, so viel zu bekommen, wie ging, aber die Seite hat gehangen und gestockt! Und das Packaging muss ich sagen, also es gibt zwei Lidschatten- Ja, aber ich muss sagen, ich finde zum Beispiel das Packaging auf der, also die Pappverpackung, wo die Palette drin ist, finde ich schöner als die Palette an sich! Wenn das drauf wäre, was vorne auf der Schachtel ist, wäre es auch schön! Das sind die Paletten, also einmal haben wir die grüne, beziehungsweise die habe ich bekommen, und die sind in den neutralen Farben! Da ist es ja so gemacht! Das verstehe ich zum Beispiel! Ja, da ist es dann drauf! Wir müssen uns hinterher verstecken, wenn es fokussiert! Wie kann ich mich mit so einer kleinen Schachtel verstecken? Das ist wirklich die Frage! Da, guck, es funktioniert! Ja, und das ist die Blush-Farbe, schon sehr rosa und... Das fokussiert nicht! Ja, wie soll ich denn da dahinter? Du musst jetzt irgendwie einen Look damit zaubern! Aber das sind doch meine Farben! Guck doch! Also das Blush... Doch, das nehme ich ja auch! Das passt! Okay! Und jetzt swatchen wir die? Jetzt könnten wir die eigentlich wirklich mal swatchen! Ich swatch euch mal die... Wie heißt die denn? What a Hoot! Lidschatten Palette, das ist die neutrale mit den Farben... Ach, ich kann das nicht lesen! Das musst du lesen! Because I'm actually blind! Ich werde übrigens für diejenigen, die jetzt schreiben... Oh mein Gott, ich interessiere mich voll! Für die Augenlasern! Blablabla! Ich habe einen Vlog, beziehungsweise eine Dokumentation für euch geplant! Dokumentation klingt jetzt so wirklich nach High-Quality, aber so einen gleitenden Vlog! Den ich auch erst hochladen werde, wenn wirklich die ganzen Wochen um sind, die das ganze dauert! Das heißt, das folgt noch! Stay tuned! Schaltet die Glocke an! Wie heißen die jetzt da hinten? Ja, das ist einmal... Ach... Meteor Shower! Ach, das steht auch hier drunter! Ah! Du sollst einfach lesen! Wie heißen die? Sind die lustig, die Namen? Meteor Shower? Wieso steht das da? Oder auf der Rückseite woanders? Ach, das muss... Es ist einfach auf der Rückseite, oder nicht? Das ist was für Intelligente! Ah, nichts für uns also! Meteor Shower ist halt das Glitzernde! Da... Komm! Die Leute wollen jetzt nicht drei Stunden Namen wissen! Und das andere ist einfach... Ja, einfach die Namen wollte ich einfach haben! Alle Flutter! Alle Flutter?! Wie heißen sie bei dir? Ich swatch nebenbei... Yes, yes! Made in the shade... Ich liebe, dass ich swatch aber eh nichts sehe! Water Landing! Mach! Schön nebeneinander! Was ist das denn? Warum bist du jetzt so hoch gegangen? Es ist doch nebeneinander! Guck dir das mal an! Hier, bei mir fängt alles da an! Bei dir geht es einfach nach da rüber! Komm, mach mal den noch einmal ein bisschen rüber, damit man besser sieht! Mmh! Das ist ja wie beim Karate-Dringen! Mein Gott, wie ans... Oh, ich hab einen Hexenschuss bekommen! Oh! Ich muss was einreden! Ist das fokussiert in der Kamera, Mama? Ja, das sieht gut aus! Ja? Ja! Das sind die Shades! Nein! Herzlichen Glückwunsch! Das sind die Shades! Welche Palette würdest du benutzen? Ah! Der Blush! Der Blush! Ich nehm die mintfarbene, die grüntöne, natürlich! Oh, ich guck gleich um! Sieht man's? Ich hab mir gar keine Augenbrauen gemacht! Die Unprofessionalität! Mein Gott, dann mach ich das! So, Miss Vivian, haben wir die Augenbrauen aufs Gesicht gezogen bekommen! Die Augenbrauen fertig! Ich fühl mich wirklich wie der Gollum des Jahres! Eigentlich, meine Augenbrauen sehen voll schön aus! Ich mach mal ganz kurz zeigen! Okay, geht! Ab in die Ecke mit dir! Aber man muss mich ja noch sehen! Ja, ja, ja schon! So sieht man mich noch! Bitte nicht so! Nein! Du musst schon nicht angeschnitten sein! Nehm ich auch noch einen Spiegel? Ein Spiegel? Hier! In dem kleinen Ding soll ich mich schminken! Wahrscheinlich werden wir das Ganze ein bisschen gecropped einblenden, Animal Crossing! Vielleicht so quadratisch! Ich spiel einfach nebenbei ein bisschen! Ich lauf rum! Zeig euch einfach meine Charaktere! Und du kannst währenddessen die Produkte ausprobieren! Willst du dein Lied vielleicht mal crimen? Die ist super! Die ist zwar schon 15 Jahre alt und ich hoffe, du kriegst keinen Hautausschlag! Was? Das willst du mir anbieten, was 15 Jahre alt ist? Ungefähr, ja! Julina hat's damals gekauft! Von daher... Wie alt ist die denn schon? Weiß ich nicht! Ein bisschen! Aber Rafa und ich benutzen sie noch und noch geht's! Was hab ich denn jetzt auf dem Auge hier? Was ist das denn für eine Farbe? Das ist hell, damit man die Farbe sieht! Ach du Gott! Das musst du machen unter Farben wie Grün! Sonst ist die Coverage nicht da! Ja, wie seh ich denn aus? Ja, da machst du ja das Grün drüber, sonst sieht man das Grün nicht richtig! Ach, dann seh ich das! Das steht mir doch gar nicht! Dann leuchtet das mehr! Mama, das ist die Base! Machst du das mit den Fingern? Ich spiel! Nein! Ich hab meine Pinsel! Ich lass die hässliche Lava! Mein Gott, sie soll ruhig sein! Was meinst du mich? Vielleicht! Vielleicht mein ich aber auch Melinda! Tu mal, wie ich aussehe! Und das soll ich mich dabei schminken, wenn du jetzt spielst? Dann muss ich doch gucken! Nein, nein, du schminkst dich jetzt! Sag mal! Petra Vivian! Kannst du denn auch mal irgendeine andere Klamotte als diese? Weißt du, dass sie seit Weihnachten diese Klamotte anhatten? Jetzt haben wir schon Ende Februar! Schminkst du dich bitte? Ja! Kann ja wohl ab und zu ein Auge werfen! Was soll ich denn damit jetzt von diesen Farben bitte hier? Ich weiß gar nicht, ob wir fokussiert sind, ehrlich gesagt! Die ist noch komplett umscharf! Und die wird halt verschwunden! Mein Gott, wie dumm! Ich muss den Fokus umstellen! Dann stellt endlich mal um! Schrei mich nicht an! Oh, wie schön! Nein, die Schöne will ausziehen! Die mag ich gar nicht so gerne! Ja, weil sie ein bisschen arrogant ist, aber sie sieht hübsch aus! Ja! Guck sie! Guck wie süß! Oh, die mag ich total gerne! Die Larissa! Larissa! Neun Monate haben wir uns nicht gesehen! Okay, aber das stimmt nicht! Ich habe nur die Zeitung gestellt! Deswegen sagen sie neun Monate! Weil ich probiert habe, meine Traummitbewohner zu finden! Und dann musste ich immer Tage vorspielen, damit Leute gehen wollten und so! Ihr kennt das vielleicht! Falls ihr es nicht kennt, schaut auf Flutter Gaming vorbei! Dort sollten eigentlich auch aktuell Animal Crossing Folgen rauskommen! Wenn Tim es schafft, sie mal zu bearbeiten! Denn ich schaffe es nicht! Mein Gott, wo sind meine ganzen Mitbewohner? Das kann man aber schlecht verteilen! Du hast schon dreimal nachgelegt! Du musst es wieder mit den Fingern machen! Womit hast du es gemacht? Mit dem? Nein! Das hier! Ich hole es da vorne nicht rein! Ja, jetzt hast du es leider auch unten ein bisschen, ne? Ach, die Foundation schon drauf! Nur ganz leicht tupfen! Ist kein Problem! Ich wollte helfen! Ich habe ein bisschen... Guck, wie süß sie ist! Jetzt lenke mich ab! Aber war mit mir! Ich habe mir die Augenlaser gemacht! Ich sehe gar nicht! Ja, warum hast du denn überhaupt was gemacht? Guck, wie süß sie ist! Misutsu! Misutsu! Ihre Augen! So sah ich eigentlich aus, als ich gelasert wurde! Oder als der Laser mein Auge getroffen hat! Ich mache das erst weg, wenn ich sowieso... Aber es leuchtet schon doll in der Kamera! Wow! Ich habe aber nicht verstanden, warum du jetzt die helle Farbe so nach außen machst! Wo machst du dann die dunkle? Ich wollte eigentlich eine helle Farbe nehmen! Dann wollte ich eine bisschen dunklere Hunde machen doch! Und oben sonst nichts? Da gibt es so viele Farben und du nimmst jetzt nur zwei? Nein! Mein Junge, da oben nehme ich auch noch was! Ich hoffe, du nimmst alle drei! Äh, vier! Ja, ja, das mache ich schon! Wenn wir Videos zusammen drehen, immer alle sagen, es soll netter zu dir sein! Dabei wird natürlich alles immer halt so geschnitten, dass es halt auch unterhaltend ist! Und dann frage ich manchmal, ob die Leute denken, dass wir uns die ganze Zeit nur angrollen werden! Weißt du, was sie bei mir drunter geschrieben hat? Dass ich ganz schüchtern bin und nichts rede! Und dass ich mich jetzt trauen würde, endlich mal zu reden! Mama hat ihren eigenen YouTube Channel, ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat! Sie lädt immer ihre Videos hoch! Sie ist doch sehr fleißig! Sie schneidet ihre Videos selber! Ich bin immer nur zur Hilfe da und sie lernt's! Sie ist sehr geduldig, was sie eigentlich nicht so ist! Deswegen sind die Nervenzusammenbrüche immer etwas stärker! Aber sie schafft es! Es ist halt nicht so einfach, mit über 60 nochmal was neu zu lernen! Manchmal verstehe ich's! Guck sie an! Oh mein Gott, ich stehe im Weg! Henrike! Liebe ich! Guck, wie süß sie ist! Ich glaube, sie ist meine Lieblingsbewohnerin! Wie kann dir das coolste IT-Girl von Flodder heute denn helfen? Oh mein Gott! Nee! Ich habe jetzt also Yes jetzt aufgetragen! Und? Ja, schön! Mir gefällt die Farbe! Also ich sehe halt nicht so viel, es leuchtet auf jeden Fall! Ich habe lange Animal Crossing nicht mehr gespielt! Mama spielt schon seit Ewigkeiten Animal Crossing und auch immer wieder! Seit allem, seitdem es rauskam! Für diejenigen, die es nicht wissen! Hier hat Mama am Anfang gespielt auf meiner Switch! Sie hat mehr gespielt als ich! Und hat quasi die ganze Insel bepflanzt! Überall waren Bäume! Denn ihr müsst wissen, Mama mag gerne die Botanik sehr natürlich! Und ich mag's eher schon auch mit Blumen und so, aber ein bisschen geordneter! Dann hat Mama sich irgendwann selbst eine Switch gekauft! Und dadurch habe ich mir gesagt, na gut! Also wenn sie jetzt ihre eigene Insel hat, ihr eigenes Spiel, kann ich meine Insel jetzt nicht mal so machen, wie ich sie will! Aber das Problem ist, du musst jede goddamn Pflanze auspflanzen! Jede Blume musst du rausbuddeln! Also ich bin wirklich dabei, die ganze Insel umzubauen! Und ihr seht, ich habe hier schon viel geschafft und so! Das ist alles schon sehr so, wie ich es möchte! Das ist momentan noch mein Haus! Aber das soll ganz nach hinten verlegt werden auf der Karte! Aber ich muss halt alles und das ist nervige Häuser für 50.000 versetzen! Nur weil ich es vielleicht ein bisschen weiter links haben will, aber auf eine Erhöhung oder irgendwas! Was? Also was ich jetzt verwendet habe für unter die Augenbrauen... Die muss weg! Oh nein, ich habe mit ihr gesprochen! Jetzt will sie ja nicht wegziehen! Kann ich auch mal was? Ja, bitte! Ich habe jetzt CO unter die Augenbrauen gemacht! Und? Die Farbe, die hellste! Mit dem weißen Schimmer! Total schön! Zeig mal! Ja, eigentlich hätte ich es wahrscheinlich mit einem kleinen Finger auftragen müssen! Kannst du doch noch gucken! Aber durch Swatchen? Wo geht es jetzt wieder hin? Oh mein Gott! Siehst du was? Nee, eigentlich nicht! Hahaha! Da kommt mein anderer Lieblings! Oh, die Dumme! Jetzt habe ich mit Lilly gesprochen! Die liebe ich auch, Zenobi! So! Liebe ich auch! Oh, Gustavia! So eine Ente habe ich auch! Ich habe Tanja! Guck, wie schön ihr Make-up ist! Ich wünsche, ich würde so aussehen wie sie! Sie hat einfach einen Springbrunnen bei sich im Zuhause! Ja! Made in the Shade! Und wie heißt das andere? Soll ich gucken? Ich kann es bestimmt lesen! Waterlanding! Das Dunkelste! Mama, kannst du dir vorstellen, dass die Leute es nicht sehen? Da ist es! Hier ist es! Das ist unten! Waterlanding! Du machst das ganz toll! Siehste! Wer liegt da so hässlich? Da besoffener, wie immer! Der Dunkel! Schaut mal, ich habe hier einen schönen Wasserfall! Und dann geht es hier auf diese Insel! Und ich habe überlegt, vielleicht will ich hinziehen! Wer wohnt da? Mein Gott, Fatima! Liebe ich auch so sehr! Ich habe echt schöne Mitbewohner! Ich kann nicht mehr! Und sie! Wie süß sie ist! Wie toll sie aussieht! Ah, nett! Und Fatima, guck sie an! Wie süß! Wie süß! Finde ich voll toll! Lilly darf die Insel wirklich sehr gerne verlassen! Und guckt hier! Ist Vivi! Aber es ist traurig! Ich finde das voll schade, dass du halt nie rumläufst! Nur weil du halt nicht spielst! Was ich meine? Ich denke mir so, wenn ich spiele, solltest du doch eigentlich ein bisschen rumlaufen! Was mache ich denn mit dir? Ja, eigentlich kannst du mein Haus rein in die Dose! Nein! Wie schrecklich! Da ist noch viel Plasch! Für Plasch! Schon? Nein! Hast du den dunkleren Matten auch benutzt? Nein! Mach den doch auf den äußeren Augenwinkel oben! Da so! Finde ich sonst ein bisschen schade! Es sind nur vier Shades! Kannst du schon alle nehmen? Yes! Mein Dear! Ich muss niesen! Gesundheit! Dann geht's weg! Hä? Hörst du? Wenn einer Gesundheit sagt und du musst niesen, ist weg! Gittes Respekt! Musst du niesen! Ja, aber ich hab mal auf den anderen gelegt! Das hat funktioniert! Funktioniert! Wow! Lieblich! Dann ist das doch ganz schön! Das macht sich irgendwie ein bisschen plastisch, oder? Ich stelle hier mal eine Bank in! Oh! Ja, okay! Sieht jetzt nicht so schön aus! Bam! Oh mein Gott! Süß, oder? Guck mal! Da können wir zusammen sitzen! Damit trägst du Blasch auf Emma? Süß! Ich hab die falsche Pinsen! Jeder wie er will! Ich hab nur... Ich fahr verhundert! Das ist ne schöne Farbe, weil die nicht steht! Haben wir so ein Lippenstück? Ich weiß es nicht! Ich muss ein Geschenk abschießen! Wie schieß ich nochmal? Wie benutze ich das? Das ist ein kleines Spiel hier! Dann muss doch nicht das ins Wasser fällt! Das ist doch dahin! Über der Insel! Nein, nein, das geht! Das geht doch gar nicht! Petra Vivian schmink dich! Meine Herren! Warum treff ich das nicht? Weil es Walter Wetsch wird! Schnell du hässlicher! Renn doch! Welchen Knopf muss ich drücken? Was haben wir denn gesagt? Ah! Don't judge me! Ich hab alles gesagt! Ich seh deinen Blick! Durch meine Sonnenbrille! Durch mein Milchmicht Auge! Lenk mich mal nicht ab! Mach mal zu! Wie süß! Weißt du was du machen kannst, was schön ist? Du schmierst jetzt nix mit deinem Gesicht! Nein! Willst du nicht vielleicht den goldenen Highlight vorne im inneren Augenwinkel machen? Ne, das ist nämlich grün! Den grün, ja! Aber du brauchst schon ein Highlight vorne im Augenwinkel! Ja, das mach ich eigentlich auch gar nicht! Der hellste! Ich hab's vergessen! Kannst mal sehen! Wenn ich nicht da wär! Gibt's irgendwas Schönes zu shoppen? Ist das zu viel? Nein! Sieht gut aus! Mein Gott! Der König... Der König muss die Tropfen nehmen! Wir sehen uns gleich wieder mit Lashes und ich komplett getropft! Bang! Ich weiß auch nicht wie der Cut sein soll! Wir sind wirklich... Ich bin dumm! Du nicht! Wir sind zurück! Guten Tag! Ich hab mich umgezogen und Mama ist fertig! Finished Look! Mutti hat noch einen Lippenstift aufgetragen und die Wimpern! Wie wir sehen können, bin ich jetzt hier diese Dame! Ich bin sehr uninteressant und würde sagen, ich verabschiede mich hier aus diesem Spiel! Du siehst süß aus! Dankeschön! Wie gefällt dir die Palette? Sehr schön! Von der Qualität her? Also ich hab alle Farben benutzt! Zum Glück! Ja! Natürlich muss man die dann hier mit dem Schimmer mit dem Finger auftragen! Das geht am besten! Ich hab's ja mit dem Pinsel versucht, das ist ein bisschen mühsamer! Nehm an, dass es bei der Palette genauso ist! Boah, die hätte ich so gern benutzt! Und der Blush hat gut was abgegeben! Das sieht man gut, ne? Ja, man sieht's schon gut! Also mich hat's halt mal total gereizt! Weil sonst nehm ich ja immer so mit goldenem Schimmer was! Und das ist jetzt halt in diesem Mint-Ton! Und das ist halt diese schöne Meerjungfrauen-Mint! Die Meerjungfrau des Jahres! Ich find's sieht schön aus! Gefällt mir ganz gut! Ich weiß nicht mehr, wie teuer es war! Und ich denke mir so, man kann's sowieso nicht mehr nachkaufen! Und das Einzige, was man nachkaufen kann, ist wahrscheinlich das Produkt! Wenn jemand das einfach retailt! Und die werden das für kranke Preise wahrscheinlich verkaufen! Weil das was Limited-mäßiges ist! Ich find das auch richtig schön, dass es vier Farben sind! Und eigentlich sind die auch ausreichend! Die haben in beiden Paletten auf jeden Fall einen Shade, der so semi-matt ist! Also der dunkle auf jeden Fall matt! Die zwei dunklen sind matt! Und dann gibt's hier diese zwei jeweils! Die sind hauptsächlich matt! Aber haben schon einen Schimmer auch mit drin! Da ist ein Gold mit drin! Da ist ein Grünschimmer mit drin! Also nicht wirklich 100% matt! Ist ganz süß! Ich find's ganz gut gemacht, muss ich sagen! Ich find das Packaging auch ganz süß! Cute! Wenn euch das Video gefallen hat, das gerne ein Dörfchen nach oben da! Vergesst nicht bei Mama vorbeizuschauen auf ihrem YouTube-Kanal! Lasst jetzt ein Abo da, wenn ihr bis hierhin geguckt habt! Ansonsten gerne unsere Instagrams! Und wir sehen uns im nächsten Video wieder! Das war's! Das war's! Genau! Und wir sehen uns! Bye! Bye-bye! Und... Lieber ich! Also da, bei Mama vorbeizenden ... ... Bis zum nächsten Mal.